Wenn man dort jetzt durchschaut, dann sehen wir dort einen Bussard mit ein oder zwei Bussarden mit Möwen im Kreis am Fliegen. Also das sieht man sonst eigentlich nicht jeden Tag. Also nicht jeden Tag. Ich sehe es nicht jeden Tag. Aber dort sind jetzt zwei Möwen und zwei Bussarden. Jetzt habe ich alle vier im Bild. Und die sind mehr oder weniger an der gleichen Stelle im Kreis geflogen.